Hier ist der Prozentsatz gegeben, 17% sind, und ein Prozentwert, 4913. 17% sind 4913. Was wir herausfinden wollen, ist, wie viel sind 100%, also der Grundwert. Das ist das Gesuchte. Wir wissen, 17% sind 4913. Also können wir 1% ausrechnen, das heißt, durch 17 teilen, 4913, durch 17 rechnen, dann haben wir 1% und nachher mal 100, um 100% zu bekommen. Und wir kriegen 28.900 als Grundwert, oder eben die 100%. Und wir brauchen 1% die 100%. Und wir gehen 2%. Und wir brauchen 1% sind. Und wir brauchen 1% die 100%. Und wir brauchen 2% die 100%. Und wir brauchen 1%.